Jetzt haben wir in den letzten Jahren ganz viele Gäste an Bord, die waren so begeistert von der Fahrt, dass mussten sie sofort mit Menschen teilen, die ihnen wichtig sind. Und nur vom Halunderjet zu erzählen und von der tollen Überfahrt nach Helgoland und wie geil schnell das geht, ist irgendwie nur der halbe Spaß. Also wenn du mal nicht weißt, wie du mit einer Begeisterung umgehen sollst, die auf dem Halunderjet ganz automatisch aufkommt, dann verschenkt doch einfach mal einen Reisegutschein. Gibt es einen Fahrkartenschalter oder per Telefon unter 0461 864 44 oder per Mail unter info at frs-helgolain.de. Und wenn man zu den Glücklichen gehört, die so einen Gutschein mal geschenkt bekommen, dann kann man den bei seiner nächsten Fahrt mit unserem spektakulären Hochgeschwindigkeitskadamaran einfach anrechnen lassen. Also ich persönlich kann mir zum Geburtstag oder zu Weihnachten nichts Schöneres vorstellen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020